und willkommen zu einer neuen auf einem Blick auf Legends auf meinem Kanal und auf Aniskanal wir spielen Botland im Rengen der Wurzwein wir ein Gangplink haben der in ein Wohlibe Gangplink ich kenne es nicht allzu gut aber logisch naja gut wir werden schon ziemlich wahrscheinlich geht er damit 14 0 aus der Lane naja aber nur zwei Kills kriegt dann könnte schon mal hinhauen aber naja unser UD-Stock du kannst du noch ein bisschen helfen vielleicht auch ja er hat ja noch Smite oder? Ach er würde mich smiten oh oh doch er würde smiten oh oh der Autodeckstift Halt's Maul Trash warte ich kann die... brauchst du den? kriegst du den? ja krieg ich schon gut danke dass du von mir weg gehst BITCHET an kein Auslöser das ist schon wieder richtig scheiße wir müssen im Early gleich engagen mit auf Level 2 wenn es geht wir werden nicht erst an Level 2 scheißen weil wir sollten weil wir sollten jetzt schauen dass wir im ersten und zwei werden dass die Welt nicht mehr pushen weil wir sollten auf dem Schritt gleich reingehen weiß man warum Klasse Power Spike von deinem Stück jetzt rein was gut ist wie so ne lol hey wieviel Schaden der geklickt hat von dir nur oder? ich glaub schon aber das war Fiek aber ich glaub du hast auch ein bisschen damage drauf getan nein ich hab auch nix gemacht dafür ach so nimm die Menü ah fuck den hast du verpasst echt? genau ja den Einer vielleicht ja ja ach stimmt das kann ich ja sehen mit meinem bloß 1 Gold ne mhm lol wie close wir müssen schauen dass wir jetzt nicht mehr einpushen werden weil sonst oh mein Gott ist das cool das war auch nicht das war auch nicht als so schlecht jetzt jetzt warte ich wie ich in einem Notfall an das war auch wegen Level 3 als erstes das wollte ich hier hm hm der ist besser so 424 ich glaub mein Sound ist mal was ist denn THIS eins da ist nein kein cuz nein zumindest oder so da ist doch keiner wird gewinnt ist locker hier nicht da ich mir mein gott ist ein problem ich kann sie noch mal an ja noch mal erwarte ich komme nicht hin vieles raus, nice das midlending ist ein support duel hier kriegst du ein bisschen hin wow das game ist irgendwie ein bisschen toll geh weg bitte jetzt gehen wir wieder bot lane ja ich geh schnell weg sonst verpasst du viel dann gehen also ja naja was will man machen was war das egal ich hab schon viel Farm noch gekriegt sie hat 19 von mich auf 32 das ist schon gut das ist nicht schlimm der ist schon wieder aufgelaufen glaube ich ich sollte weg ich weiß nicht ja also ja also das war der erste schon das ist das ist er kriegt eher ein Doppelkiller ist das der UDI noch kriegt ja dann konnte ich dir wenigstens noch geben mit meinem Reck-Shield aber warte ich schießen ob die Tristaner ich auch schau schau beide nice das Schild ist halt richtig gut von dir das war richtig schild oh mein Gott oh mein Gott geh weg 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 h h oh pf durch den Autotec aber ich das Wort ich habe das war so ich wusste nicht ob du nach dem Rand es ist jetzt kein Flamer nicht ich bin locker angekommen ich hatte meine Ehe aber ich bin halt auch ein Scheiß Support ja wenn die eine Torplane weg egal wir kriegen das schon ist ja jetzt scheiße dass ich gestorben bin jetzt hat sie mit Form richtig aufhören können warte 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 ich krieg den noch ich geh mal weg ich habe Transfer mit Gold kauf dir bitte gleich dieses äh dieses Sunfire vor dem es ist für 1000 mach einfach bitte hab ich schon warte warte ich habe ja auch ich habe mein Trinket habe gerade in den Pink gesetzt das naja rennen lieber egal was 51 Farms sie hat auch die 20 nice solle Gold Farms hier easy ich habe nicht mehr schlecht gefahren also ja aber sie noch schlechter und ja auch nicht nachdem sie so oft weg war aber wir können drauf ne kann ich ein Wort von Spargelbauer einfach so nicht wenn es geht die Tristiana einfach ne ich kann aber nehmen ihn anspannen auf ihn auf ihn danach lol er hat meine Ehe geblockt ich habe mich oh nein Krista 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 sorry ich konnte jetzt nicht mitkriegen durch das das ja mich unter der E unterbrochen hat ich habe Ult bin ich stehen die sind beide gelöst ja 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 wenn drauf dann oh mein Gott schlimm oh mein Gott ich habe Trader die einfach immer mit einer Q ja ich weiß bleib da bleib da ach shit du hast keine Mana aber du hast deine passive scheiße alter ja ich spiele gerade grottig geil unsere Oriana wird salty und ich glaube ich sterbe jetzt ne ne du baitest mich nicht hm der Pinquot wird gleich getötet na ja da kann ich jetzt nichts machen oh ja aber zusammen oh jetzt jetzt ist die Chance auf ihn jetzt ist die Chance auf ihn weiter weiter ok nice lol wir hätten die killen können sorry sorry oh da ist mir mein Fein nicht schlimm haben wir der Out ist er ja hab ihn haben wir hab sie ach gut hab sie hab sie hab sie nice das war ein triple fast hätte mein warme Cinder sie getötet schnell noch pushen schnell hat was vergessen nice das ist ein triple alter jetzt jetzt geht's los let the Lucian begin du kannst ja noch pushen aber ich geh schnell back 2000 Gold jetzt durch das nice ich hab 700 ich glaub ich bleib eh noch auf der lane kann ich nicht nur noch ein bisschen halber Leben abziehen ich war jetzt noch 10 Gold auf Schuhe äh 20 ja schon also auf jetzt hab ich hab sowieso auch nichts verloren wenn du schnell auspust ich glaub nicht dass ich auspust schon okay wir probieren jetzt die noch mal zu gehen dann auch gehen äh holen wir den Tower und dann gehen wir rum ich will tun du wirst einfach weiterfahren oder nein 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 nicht allein gegen die 2 wir machen im Damage ich hab meinen Farm du weißt dass wir wirklich eine der stärksten Combo Lanes haben ne du merkst das ja immer wieder ja ich verkacke alles und wir gewinnen jetzt kommt ich muss nur wenn du deine äh deine Stack in es triffst wir müssen nur schauen was er nicht kommt ne der Melphi du musst worden bevor wir engagen mach'n Drake mach'n Drake Schnell auf sie Crash ist nur mit dem Gang ok nice hier ist ne Drake trotzdem einfach für den Gang und Melphi hat keine Ult mehr das heißt er wird gar nicht ganken okay lo- drauf 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 das ist kein Problem lol Flash alter nein ich dachte wir lassen sie da noch bisschen stehen aber dann ist sie weg da da ist Melphi da ist Melphi oh mein lol hallo so so schuss ok nice weiter 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 soo muten bleib ich bang was wir spielen wir spielen lol und nehmen auf darum ach so störe ich euch ja aber ist nicht schlimm hört man nicht im Video ja man hört dich schon yo wahrscheinlich ich nicht ich nicht tschau ich wenigstens mal ein sozialer ja das war nice lol lol also das war ein Damage nice da kann jeder kommen und wir nehmen den ne warte lass mir bitte ein Stack da haben wir beide gut reagiert ja ich dachte nicht dass wir ihn so krass töten ja ich hab auch nicht man denkt doch immer auf der Botland dass beide so gleich arbeiten müssen ne und dass dann ja wir kriegen die niemals die wir arbeiten so nicht so nicht lol auf und wie viele tube schüsse ich einfach kassiere ja ich hätte ich hätte ich noch nie warte warte ich halt dich und mich bevor ich back geh Ich kann noch eine Q auf ihn machen Ah, er holtet mich, ja ich bin froh, egal, lauf du einfach Was machst du, Alter, durch Disrespect, einfach laufen Nein, ich wollte die ein Ich wollte einfach nur für die Baten, aber Die wollten nicht Warum sollten sie einen 6-1-AZE lassen für einen Supporter? Weil ich free war und du nicht Na ja So ist Ay caramba Mit was sollen wir denn bitte aufhören, Alter? Es hört sich an, als würden wir fienden, ne? Wenn sie das so sagt Nein Nein Oh, lol, der steht 7-0 Ja Hm, ich muss mit der Roman Du kommst ja jetzt eh ein bisschen mehr alleine, klar, oder? Hm, auf jeden Fall nicht gegen 2, ne? Dein Damage stimmt ja Shit, ich glaube, ich bin schon tot Da bin tot Oh Scheiße Nein Ja, schaut, ich habe keine Chance Wenn der Hook mich trifft, dann bin ich im One-Shot Darum, du darfst nicht rohmen Ich werde probieren, es unterlassen Das war jetzt auch ziemlich nubig von mir, dass genau Ich wollte halt botschen und er Ich laufe halt da rein, aber Wie gesagt Glaubst du, ich krieg die? Nee, kriegst du nicht, einfach nur Deffen, bitte Ich glaub schon Ich mach der Match, ich bin braun Ja, aber übertreib's nicht, du hast gesehen, wie die mich genommen haben, oder hast du dich, oder? Nein, ich habe nicht zugeschaut Ja, da macht ganz schön Schaden Mein Heal hat mich von der Bombe auch nicht mehr gesaved, natürlich, aber Aber sie haben ja auch nichts mehr jetzt Ja, sie haben keinen, äh, beide haben keine Ult mehr Und ich weiß nicht, ob sie Ignite hat, oder hat der Fresh Ignite, kann es sein? Ich glaub, die machen gerade Ja Lass einfach schnell pushen, wenn die rollen Ich push schneller Drake, Drake Oh mein Gott Die kommen aber hier wieder lang, ne? Voll Lass mal die Crap machen Jetzt drauf Drauf, drauf, drauf Die ist tot Nein, da ist er Komm Nein Auf ihn, auf ihn Probier noch damage zu machen für den Gankman Nein Nein Ja, das, vergiss es, geh weg Was macht der Yasuo? Ich hab Trollen, nein Ich will ihn ja gar nicht Du klickst ihn doch nicht Geh weg, Alter, bitte Geh weg, Alter Wer soll denn da kommen? Der Yasuo Troll? Wir dürfen jetzt nicht sterben, Alter Ich stand 6 1 Und jetzt stehe ich 7 4 Oh, okay, ich weiß, warum der Gangcrank ist so krass Ja, schau, ich hab hier irgendwie zu kratzen Ja klar, der Typ ist 7-0 Das ist halt scheiße, ne? Ja, der kann halt wirklich Solo-Carry, ne? Ja, aber... Ich kann ja auch nicht weg die Top-Gank, oder? Eben nicht, komm jetzt bitte, bot! Mann, ich würd so gerne Ja, tut mir leid, aber du hast es gerade gesehen Ja, passt schon Jetzt wär aber übelst der Free-Stun-Kill-Kommo Ich komme Ich weiß nicht, ob wir Drake machen können, aber... Gut, ihr kommt, okay, dann warten wir bis dahin in dem Gebüsch und schauen Oder ne, ich komme ja jetzt hier Warte, ich bin hinter dir Nice Weiter, weiter, weiter So, der verpisst sich immer Orianna hat den Kill, das ist gut Ich komme gleich hin Da? Nein, scheiße, ich hab ihn nicht getroffen Ich hab wohl... Achso, der ist schnell Do it for the kids Ich krieg dir den ganz sicher schon, ey, da kann ich vor Nice, 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 das ist ein guter Das ist gut, das kam, der geht Ich muss halt aber auch sagen, dass jetzt der Bulli nicht dabei war, ne? Also... Der war noch nie dabei Der Red Buff ist da Das ist scheiße Ich komm Sicher da? Na, ich hab ge-killt und ich hab ihn... Oh... Pelol Den hat wohl grad jemand gemacht Lol läuft bei dir, Alter Der ist allein, oder? Nein, ist er nicht geweckt? Hilf mir, hilf mir, hilf mir Ich kann dir nicht helfen Ich... nein, der ultet mich und dann war's das Sorry Ich will jetzt nicht wieder geshattern werden Äh, soll ich kommen? Du 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 Ja, wäre ganz gut Nee, das geht nicht, der hat ult Ja, der hat der ult Wir hätten die mal bekommen Leute, der war um! Ja, wir hätten die bekommen Holy shit Sorry, ich hab nicht gesehen, dass der um war Mann, warum sieht man das nicht in solchen Situationen? So ne scheiße, Alter Ja, Mann, ich glaub, es war ein 3W-Kilver Ja, genau Ich hätt' dich auch noch wehen können Oh, Mann Ich hätt' dich nach seiner Ult direkt von dir weg geholtet Und gesandt und wir hätten ihn zusammen gesandt Ist ja so hier Naja Nee, glaub'n nicht Aber fight'n würde ich ihn nicht Der macht ne... ne Windworn und ist Insta-Fuckl Bin auch nicht aus Holz-Elo Dass ich in die Windworn alles reinschieße Nicht alles, aber der blockt da mit zwei Autotext Und da musst du Mili in ihn reingehen Weißt, dass er 1,4 steht? LOL Ich dachte, der steht Und da ist er 5,1 Da, 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 da Da, 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 da Oh, cool Ach, ja Rauf, 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 rauf Wenn du trippst, ne? Ach, ich hab' meine eh nicht JOL Ich will Ich bin dann lieber weg, weil sonst ultet er nicht Oh fuck, die haben ja die irgendwo... Ich hab' keinen Power-Bereich, wenn er uns der Ult in den Schmuck anzuschauen LOL Ich hab' keine Ult What? Die Range? Die Range Der Range Er steht einfach noch Indivision da Ich bin schon wieder auf dem Weg, keine Angst Ich hab' mir nur schon ein Static-Speak Bleib doch, bleib doch Bleib doch Wir müssen ihn defen Und jetzt hab ich Volt Ich bin auch hier draußen Ich bin auch hier draußen Gut, er hat nur mich gerüttelt, oder? Nein, er hat alle gerüttelt Ich hab' keinen Autofen drauf W holt, oder? Ach so, holt hast du wahrscheinlich nicht mehr Ne, lol Naja, passt schon Im Teamfeld haben wir immer einen Wohli ist nicht da, scheiße Eigentlich will ich mit Eigentlich um ihn sei so, wenn ich liebe Wohli ist schon wieder gestorben Äh, Gangback meine ich Nicht Wohli Wohli ist noch von ich gestorben, oder? Doch, einmal LOL, geil Dann war das wohl ein Comeback of the Toplane, ne? Äh, er hat doch gar kein Kill, oder? Doch hat er, LOL Warte, nein Der soll was sagen No, no, Sneak in a Bomb No, nicht die Style Mit russischer Akzent Warte, ich kann ja nicht schießen Weil ich... Ach, Centimus nachmachen kann Laufschüss, kommt wer bot? Hm, Triss, der nice Mütte Hmmmm, Triss, der nice Mütte Das heißt ja nichts, Yazu kann ja auch kommen, ja ok Trash ist auch hier Der Trash ist aber übelst schnell Ach ne, die haben gerade alles da. Krieg den Tower. Du musst die mal toplane. Du musst jetzt ein bisschen alleine klarkommen. Tresenna ist back und Trash sehe ich auch nicht mehr. Und okay. Also ich mein jetzt, ich glaub nicht, dass einer noch von denen kriegen kann. Okay, Tresenna ist wieder da. So, ey, ich komme nach back mit. Okay, ich kauf mir davon die erste. Ich kauf sie einfach immer so, du ja, Alter. Ja, ist halt so. Schau mal meinen Farm an. Siehste? Ich meine, der ist jetzt nicht so gut, aber trotzdem ist genug. Ich mach ihn einfach überhaupt kein Dammit. Auf ihn! Toll! Lol, Alter! Jetzt ist wirklich ein Freeway los! Einfach drauf, ohne anholen. Ich kann flashen. Der flash einfach hinein! Das ist alles Free! Ja! Da ist gar nicht so viel grad. Doch, 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 doch. Okay, doch. Ich bin gestorben. Äh, ich will jetzt nicht da bleiben mit dem Leben. Drake ist jetzt Free! Lol, hat er direkt den Black der Menschen hier gemacht? Doch, 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 doch. Okay, doch. Ich bin gestorben. Äh, ich will jetzt nicht da bleiben mit dem Leben. Gangplank hatte die Bombe von Tristiena mit 5 Autotecks drauf. Ach, nice. Und der stand neben mir. Er ist dann in letzter Sekunde weggegangen. Nice. Alter ne, also das war jetzt wirklich, wenn ich zu, äh, wenn ich weggedasht hätte... ...wärst du gestorben, weil der Backwater bräuchte. Ja, Alter. Naja. Hm, ich werde mal Toplane. Ich probier's. Nice. Und jetzt holt... Nein, geh in den Bot! Ach, du bist gar nicht da. Ja. Nein, ich komm jetzt, aber... Tristiena dürfte hier durchpushen, oder? Wenn wir das gewinnen, bin ich Silver 3, ne? Das ist nice. Ist gut, ja. Ähm, ich drücke Tristiena jetzt. Dann bekomme ich noch den Victorious Skin. Ja, ja, ja. Ich... Ich... Oh, nice, 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 nice. Lol, sie hat ihren Jump geflasht. Lol. Ich dachte grad, ich muss dodgen, aber... Jetzt muss ich dodgen. Da ist der Woli! Ich lauf in die andere Richtung! Hahaha! Hahaha! Bin einfach da hingelaufen, ne? Oh fuck! Gehen wir auf ihn trotzdem einfach. Nice. Er wollte flashen. Nein, ich hab sie nicht getroffen! Oh fuck, 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 fuck! Boah, ich wollte die Q grad noch rausbringen. Nur da... ... war ich einfach komplett drin getrappt. Ja, okay, ich komm mal... Das ist halt ein bisschen scheiße. Wenn man hier so... ... da dann spielt... Einfach nur von der Stelle geschickt. Ja... Aua. Hat er gut dran gedacht, ne? Die wären zwar eh nicht gestorben, aber... Ich komm schon. Hast du W. Du musst W und W machen, ne? Weil W gibt dir ja nur den Speed. W und mach... Ja, ich... W um zu kalt... Nein! Auf ihn! Ah! Nur der Minion Block! Guck! Wenn du auf ihn wehst... Dann... Wenn du ihn dann angreifst, kriegst du so... ... die Wurze mit. Ich geh jetzt weg, bis man nach uns anfängt. Nice, 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 nice. Das Gute ist... Ich muss jetzt backen. Ich muss shoppen. Ich hatte zwar gesagt, dass Gameplank gegen Volibear scheiße ist, aber was ich vergessen hatte, ist, dass Gameplank Volibear eigentlich ziemlich geil outdamaged im Late Game. mädchen wir arbeiten und dann fiel er auch nur eine der hat es halt noch nicht schon bei 7 0 ich kann wohl die auch treten das ist kein ding ich kaufe mir nachher vielleicht bläde gegen wohl ihn auch gern ach du bist ich habe es schon gewesen in die gestoßen wird er weiß was ich meine weiß schon was ich meine zerstört ja halt wegen support man geh noch mal hin alter ich hab den dämlich ich steh 12 4 ich dachte nicht dass du da so einengagen würdest holen wir rein wir können das schon machen oh scheiße doch nicht du bist gefühlt du bist du bist nicht nur wer die gut sondern auch wer die Fett ach warte ich muss ja das Bild ach so du hast bluttooth oder? lol bist du gefühlt ach du schau mal was ich vorne zu meinem feed scheiße wandern das coolbild nur die Fillspy-Items ja was erwartest du? 14 kills na ich hab nur 4 Tode und ich hab richtig viel geformt noch das ist schon okay läuft hier ich hab jetzt mit Toplinx bei Toplinx hat man hier generell ein bisschen weniger form als eh ach ok lol das war ja der Puli-Bärt shit man ja leck mich doch was hat denn der Puli was hat denn der Puli das war ja der Puli ja 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 Es ist ja jetzt schon 19 Uhr ab. Wir sind generell immer ein bisschen später. Aber heute, wenn es sein muss, natürlich nicht. Oh crap, jetzt meine Attacks, die auch noch zu dem Damage. Ach warte, du warst gar nicht da beim Toe. Nein. Cool, was für die, die wir halt an Damage machen? Krass. Ich glaub, der hätte mir gar keinen Damage gemacht. Schade, hätte ich einmal gecritet. Komm doch! Komm doch! What? Oh. Nein, ich bin in die Wand rein. Ei, ei, ei. Ja, ich find's gut, wenn wir uns beeilen könnten. Aber Uri, Push, Toplane. Oh, oh, Thresh. Hä, lol. Fickt sie mich nicht? Ja. Ich krieg' beide zusammen. Ja. Du stehst auf 15,6. Und das nochmal über das geilen Farm dazu. Und das war... LOL! Die Damage? Okay, das war doch nicht ganz so anruf. Sie hat nur was zu spät genutzt. LOL, hätte sie's früher genutzt. Ach, unterschreibt mir der Olli hier. In ne Aufnahme, ne? Eieiei. Report. Report Olli vor Schreiben. Äh, was brauch ich noch? Deadman's Blade? For the North. Hast recht. Ich will den Olli! Ich will den Olli! Der ist ein Pink-Rot. Der Olli hielt sich einfach von schnell. Auf die Olli! Komm! Ich hab las Whispern! Ja, hielt sich von Spirit Visage und wegen Warmox. Suckersuch. Ach, Seriho! Oh! Danke schön, aber hätte ich mich gebraucht. Ist schon okay. LOL! Wie steht die Olli eigentlich? Ich kann olten. LOL! Olli steht 7-3. Hol's einfach. Wenn der da ist. Okay. Egal, der andere ist. Ach. 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 Oder auch nicht. Mein Soldat ist der Hosenfassch. Vielleicht sollte ich nicht gerade rein... Jetzt einfach pushen! Du musst einfach reinspringen und dann ulken. Komm schon! Einer noch. Ja! Ja! Nice! Ich tänke den Tower noch ein bisschen. Ok, warte, ich glaube ich in 3, 2, 1, 0, Minus... Da ist den, da ist den, da ist den! Er hat weggerollt, er hat keinen Ult mehr, er hat von mir weggerollt. Warte, warte, warte! Noch irgendwas zu Moki! Nein, nein, da! Nehmen den Turm bitte! Ich probier den einfach nur hier wegzuhalten. Der ist auch so klar! Nein, nicht! Letzt das auch nicht vor! Geh weg von mir! Ich sterbe sonst! Ne, Top Turm! Da annimmt der, brauchen wir einfach den Top Turm, ne? Ich brauch mal meine Chance, schnell! Naja... Ich bin halt die Aufnahme jetzt mal, weil ich das Geld weg muss! Lasst doch mal ein Like und ein Abo bei mir und bei Mami da, wenn das euch gefallen hat! Bis zum nächsten Mal, tschau! Servus!